Ty West, wir haben noch eine Rechnung offen. Sich in solchen Zeiten um die Familie zu kümmern ist bewundernswert. Aber man lebt leider nur einmal. Wenn sie doch nur sterben würden. Bitte. Und damit herzlich willkommen hier in der Kinotagesstätte, liebe Leute da draußen. Wir haben mal wieder einen Film zu besprechen und das Ganze steht in Tradition einer Filmbesprechung, die recht genau vor einem Jahr entstanden ist. Denn jetzt am 1. Juni ist Pearl im Kino angelaufen. Ein Prequel zu X von Ty West aus dem vergangenen Jahr. Wir erinnern uns, der Slasher, der Film, bei dem ein Pornodrehteam aufs Land gefahren ist in den 70ern und dort brutal abgemetzelt wurde von einem älteren Ehepaar. Und nun ist eben die Vorgeschichte zur weiblichen Person dieses Ehepaars in den Kinos angelaufen. Und weil sich das so gut gehört, habe ich mir für diese Besprechung wieder diejenige Person eingeladen, mit der ich damals schon X besprochen habe. Ecke, hallo. Ja, guten Tag. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Und ja, also nach der Besprechung des ersten Films der Trilogie, die da in der Machrad ist, es kommt ja noch der dritte Film, Maxine, der ja dann den X fortsetzt, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und gesagt, ja, ich bin wieder dabei. Und besprich auch mit dir diesen Film, nachdem wir ja beim ersten Film uns sehr einig waren entgegen der landläufigen Meinung. Ja, genau. Wir sind jetzt beide hauptsächlich hier, weil Marius uns, ich will nicht sagen, gezwungen hat, aber doch gebeten hat und dann noch irgendwas von kompromittierenden Fotos gesagt hat, dass wir uns doch nochmal zusammensetzen. Er will uns doch nochmal so gern ranten hören über diesen Film. Und jetzt ist die Frage, werden wir ranten, werden wir nicht ranten? Ich weiß nicht, wie du den Film findest. Da habe ich noch keine Wertung von dir gesehen und ich habe auch noch keine Wertung abgegeben. Es ist bei mir auch erst sehr kurz her, seit ich den gesehen habe. Wir haben auch im Vorgespräch darauf verzichtet, über diesen Film zu sprechen. Also dementsprechend wissen wir jetzt nicht, wie diese Folge verlaufen wird, im Gegensatz zu der letzten, im letzten Jahr, wo wir wussten, dass wir uns sehr stark weiterhin einsteigern werden. Aber ja, es hätte ja noch eine Möglichkeit gegeben, wenn Marius uns gerne zusammen hätte ranten hören können, nämlich als Endapril Infinity Pool rauskam, weil den fanden wir ja genauso müllig. Und beide vereint eine Schauspielerin, nämlich Mia Goth. Die auch hier wieder zu sehen ist in der Hauptrolle. Genau, die auch hier wieder mit dabei ist, in der Hauptrolle, um die sich dieser Film herumdreht, als wäre sie eine Sonne. Das kann man, glaube ich, schon mal vorauswerfen. Ja, und sie war auch Produzentin, ist mir aufgefallen. Und am Drehbuch beteiligt. Nee, Produzentin nicht. Also bei Produktion ist sie bei mir zumindest nicht aufgelistet, aber beim Drehbuch auf jeden Fall. Oder Executive Producer, ist ja noch mal eine Stufe drunter. Geld gegeben. Ja, genau. Also, ja, ja, gut. Also, wenn ich Schauspielerin wäre und mir würde die Rolle angeboten bekommen, würde ich dafür auch Geld geben, so vollkommen freidrehen zu dürfen. Zum Ablauf dieser Folge, kurz gesagt, wir werden zumindest Ex, den Vorgängerfilm, spoilern. Da werden wir kein Blatt vor den Mund nehmen, falls der überhaupt zur Sprache großartig kommt. Und diesem Film hier, Pearl, widmen wir uns zunächst in einem spoilerfreien Teil. Und anschließend dann in einem Spoilerpart, den hängen wir noch mal an und sprechen da noch mal eine Warnung aus für alle, die noch schauen wollen. Lass mich mal kurz den Plot zusammenfassen. Also, Pearl spielt 1918, im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges. Der nähert sich dem Ende. Es grassiert die spanische Grippe und nun lebt Pearl, eine junge Frau, auf dem Land, wo war es nochmal? Es war irgendwo Richtung Südstaaten oder Texas oder so, glaube ich, im ersten Teil. Ja, es ist Texas. Es ist auch dieselbe, es ist der selbe Hof. Genau, es ist der selbe Hof, dieselbe Farm, dasselbe Haus, dieselbe Person, bloß halt 60 Jahre jünger. Ihr Mann Howard ist als Soldat im Krieg, ist nicht da. Ihr Vater ist invalide und an den Rollstuhl gefesselt, hat keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, irgendwas zu sagen, irgendwas zu tun. Und ihre Mutter, die geht mit Pearl mit sehr, sehr harter Hand ins Gericht, macht sie ständig runter, verlangt von ihr schwerer Arbeiten. Und Pearl träumt aber davon, Star zu werden, aufzutreten vor den Kameras, vor großem Publikum. Sie geht auch leidenschaftlich gerne ins Kino, bundelt dann dort mit dem Filmvorführer an. Und ihr Ziel ist, an einem Vortanzen teilzunehmen, damit sie in so eine Tanztruppe kommt, die durch das Land zieht und damit sie endlich wegkommt von diesem Hof. Ich sag mal so, Pearl ist ein deutlich besserer Film als Ex geworden, aber insofern für unsere Besprechung, zumindest für mich, in einer wesentlich schwierigeren Lage, weil er ziemlich mittelmäßig ist für mich. Und wenn etwas sehr gut ist oder sehr schlecht ist, gibt es immer viel Redebedarf, aber wenn etwas mittelmäßig ist und so, dann ist das eher tendenziell immer schwierig für eine Besprechung. Wie ist es denn bei dir? Also, ich kann dir ja schon mal zustimmen, auch ich fand diesen Film trillionenfach besser als Ex. Das ist jetzt auch nicht schwer. Ja. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob ich beim Oberen mittelmäßig bin oder ob ich doch bei noch gut bin, weil da sind Elemente in dem Film, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen haben. Und dann gibt es aber auch Momente und Entscheidungen von Tyrest, die das Ganze so ein bisschen runterziehen. Bei mir sind die Schwankungen gar nicht so groß. Also, ich habe nur wenige Sachen, wo ich sage, oh, das ist schlecht und wenige Sachen, wo ich sage, oh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und es ist vieles für mich so, hm, okay, ja, es ist okay, es ist gut, aber auch nicht wirklich mehr. Ja, fangen wir doch mal mit dem Beginn an, weil ich fand, was ich schön fand war, der Film beginnt ja ziemlich ähnlich zu Ex. Also, bei Ex haben wir ja diesen 4 zu 3 Anfang, diesen Fake Anfang, weil das aus der Scheune rausgeht. Hier öffnet sich die Tür. Er verzichtet auf dieses 4 zu 3 Sperenzchen-Ding, aber der Bezug zu Ex war dennoch klar. Und hier ist mir schon aufgefallen, okay, der ist deutlich besser und konsequenter inszeniert als Ex, wo ich ja kritisiert habe, dass ja alles Mögliche probiert worden ist, einfach um noch eine Regiespielerei drin zu haben. Hier hat West sich ganz klar darauf fokussiert, dieses End-1910er-Jahre-Bild in die Farben und in das Setting eines Technikolorfilms der späten 30er Jahre zu zeichnen. Auch die Filmmusik passt dazu. Also, es ist nach langem mal wieder eine ganz, ganz klassische Filmmusik, wie man sie auch schon vor 80, 90 Jahren gehört hat. Was ich sehr, fast schon erfrischend, auf jeden Fall aber befreiend fand und dem Film positiv ankreiden möchte. Genauso wie, dass er, egal was in dem Film passiert, sehr konsequent in seinem gewählten Stil bleibt. Was, äh, Set-Design, was, äh, Farbgebung, ähm, was, äh, was Schnitt angeht, äh, bleibt und da, äh, der schon mal der deutlich runder, äh, ein deutlich runderer Film ist. Ja, er ist in sich, wie du sagst, runder, äh, dieses ästhetische Bild, was er da aufmacht, was er ja an Technikolor, äh, Zeiten erinnert, so, äh, Zauberer von Oz, das, das ist so meine erste Assoziation, die ich tatsächlich mit dem Film hatte, wo, wenn dieses junge Mädchen da über die, über die Farm tanzt und dann ja auch so eine, so eine Gesangseinlage dort zum Besten gibt, ganz deutlich wird's dann nochmal, sobald die Vogelscheuche auftaucht, wo dann, okay, das ist jetzt auf jeden Fall Zauberer von Oz. Äh, aber in dieses Bild spielen ja zum Beispiel auch die, ja, aber in dieses Bild spielen ja auch die, die, die ganzen Schriftarten rein, ne, wenn die, wenn der Titel auftaucht und die ganzen Beteiligten und so, diese schrägen, sehr, sehr, sehr in den Vordergrund sich drängenden Schriften, die dann nochmal sagen, wer alles mitgewirkt hat und so, das ist so klassisches 30er Jahre US-Kino, daran angelehnt, ist natürlich jetzt ein klares Bild, aber dieser Film hat schon mal eine ganz andere grundlegende Ästhetik als Ex, der sich ja in dieses grisselige 70er Jahre Ding, ähm, hat, wollte der aufgreifen oder hat er aufgegriffen und das hier greift jetzt, hat jetzt eine wesentlich buntere, äh, lebhaftere, äh, Ästhetik. Wo sich der Film meiner Meinung nach wenig von Ex unterscheidet, ist das gewählte Tempo. Ich glaub, das kriegst du auch aus Thai Slow West nicht mehr raus, dass er, äh, dass er, äh, seine Filme extrem langsam anlegt. Also, das war auch für mich, also, das war mein persönlich größter Kritikpunkt, weil immer wieder gedacht hab, ja, das ist ja gar nicht schlecht, das gefällt mir ja ganz gut, aber warum muss er das jetzt so elendig langsam aufbauen? Hm, diese Tempoprobleme hatte ich ehrlich gesagt nicht, weil dieser Film aber auch einen anderen Ansatz wird. Man kann den ja fast als Charakterstudie einordnen, oder Charakterdrama ist es zumindest. Definitiv. Und, ähm, auch wenn sie keine besonders authentische ist, sondern schon immer noch mit diesem Splatter, äh, Gedanken im Hintergrund ist und mit diesem Gewaltgedanken und damit sich auch so ein bisschen als, naja, quasi Parodie auf, so, diese Zeit Wizard von Oz und dieses, dieses Bild, was man da von dem Film im Kopf hat, äh, verstehen ist. Dieses Übertriebene ist ja auch nur konsequent dann, wenn man, wenn man das, wenn man den Bezug zu der Zeit hat. Genau, aber, aber wenn, aber das langsame Tempo passt insofern besser zu diesem Ansatz als zu einer Splatter-Komödie, die ja Ex sein wollte und der sich dann extrem gezogen hat, wo man ja gerne dann so ein bisschen mehr Dynamik rein will, äh, rein möchte, gerade wenn dann eben auch die Spannung anzieht und, und, ähm, die Action gegen Ende aufkommt und das, das Töten beginnt. Da möchte man ja gerne mehr Tempo und, obwohl der Spannungsaufbau natürlich auch seine Zeit braucht, aber das, der, das langsame Tempo hat diesem Film wesentlich besser zu Gesicht gestanden als Ex. Trotz, also, diese ganze Inszenierung und so ist alles okay und da gab's so ein paar Einstellungen, wo ich gesagt hab, ach, die sind ganz nett, aber auch keine, wo ich gesagt hab, ach, das ist jetzt wirklich herausragend brillant. Bis auf eine Szene, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber gegen Ende gibt's einen One-Shot, der wirklich sehr lange geht und in dem dann Mia Goth einen sehr langen Monolog hält. Das ist jetzt inszenatorisch auch nicht, äh, auch nix Außergewöhnliches, aber es ist in dem Sinne einfach stark, weil er wirklich halt die Kamera auf ihr Gesicht hält und sie dann wirklich spielt und, äh, sich, sich wirklich, wirklich aus sich heraus geht und sie ist halt tatsächlich auch der Star des Films. Also, man kann ja ihr, auch schon im ersten MNX war sie ja gut und hier zeigt sie jetzt, dass sie wirklich nochmal wesentlich mehr kann oder, oder wie gut sie tatsächlich ist. Ähm, was dann aber mit der Figur daraus gemacht wird, das ist, äh, das steht auf dem anderen Blatt. Ich find, äh, der Film funktioniert lange Zeit ziemlich gut als Charakterstudie, als über eine Person, über, über Pearl, die ja wirklich das Zentrum des Films ist. Dere, äh, die von den äußeren Einflüssen getrieben auch, ähm, verständlicherweise langsam aber sicher in Wahrheit, äh, die Nerven verliert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ja dann auch irgendwie erzählt werden, wie sie komplett Ballaballa geworden ist. Und da übertreibt es Ty West meiner Meinung nach damit, dass er halt versucht, eine Billo-Erklärung dafür zu finden. Nämlich, äh, das sind ja dann, darauf zahlt ja auch, ähm, eine der wichtigsten Szenen, eine der anderen wichtigsten Szenen, nämlich die, äh, am Essenstisch ein mit der Mutter. Die ihr ja dann quasi vorhält, sie wäre ja schon ohnehin schon das Böse und sie wollte es ja einfach nur nicht wahrhaben. Und das war mir so ein bisschen, also das war mir zu dünn, um dann zu erklären, wie Pearl dann in der zweiten Hälfte des Films agiert. Äh, ja, das ist so ein bisschen die Frage, die der Film aufwirft. Lauert da tatsächlich schon etwas Dunkles in ihrer Seele? Ist das ihr quasi angebohnt, ihre, in Anführungsstrichen, psychopathische Natur? Oder ist sie halt komplett, ich sag mal, Opfer der Umstände? Weil, weil die Frage, die der Film, glaub ich, aufmacht, ist, was passiert mit einer jungen Frau, mit einem Menschen, äh, der keine Liebe und Wertschätzung erfährt? Und das haben wir bei allen drei, ihren, allen drei engen Bezugspersonen. Ihre Mutter ist eine, äh, Tyrannin und ist ganz, ganz furchtbar und macht sie im Prinzip die ganze Zeit runter, will sie nur zu irgendwelchen harten Arbeiten verknacken. Ihr Vater ist nicht imstande, Liebe zu geben, weil er, wie gesagt, komplett, äh, an den Rollstuhl gefesselt ist und nichts mehr sagen kann, nichts mehr machen kann. Und ihr Ehemann, äh, ist im Krieg. Das heißt, das sind drei sehr enge Personen, die, von der sie keine Liebe bekommt und dann ist das Fass, was es zum Überlaufen bringt, äh, die, die Audition, die das Vortanzen. Und das ist so der Punkt, an dem, mit dem Ty West begründet, warum es, warum das Drehbuch dann diese, diese Richtung einschlägt. Wobei sie ja vorher auch schon gewalt, äh, gewaltsame Tendenzen hat, äh, wir erleben sie ja direkt nach dieser Eröffnungstanzszene in der Scheune, äh, dann stört die Gans ihren Auftritt. Und, äh, die Gans muss dafür büßen. Ja, die Gans, äh, ist ihr erstes Opfer, was wir zumindest mitbekommen. Angesichts dessen würde ich wagen zu behaupten, es war nicht ihr erstes Opfer überhaupt. Äh, aber irgendwo muss der Film ja einsteigen und, äh, er ist der Meinung, dass das die prägendsten Momente waren, um, äh, um mit der Charakterzeichnung anzufangen. Dadurch auch, hab ich aber auch das Gefühl, dass da so ein bisschen wenig Charakterentwicklung stattfindet. Und die meiste Charakterentwicklung findet ja dann noch ganz am Ende statt. Äh, wenn dann doch, äh, noch etwas Unvorhergesehenes passiert, worauf wir, worauf man vielleicht den ganzen Film wartet. Vor allem, wenn man im Kopf hat, dass es ja, dass wir ja schon wissen, wie es mit ihr und ihrem Ehemann, äh, ausgeht. Also, dass der nicht im Krieg fällt, äh, war klar. Ja, wir sind jetzt schon sehr nah dran am Spoiler-Parl. Aber, ähm, zwei Sachen wollte ich noch, äh, rausnehmen. Also, erstens fand ich es interessant, ich glaub, dass, dass, äh, dass die Influenza, also die spanische Grippe, nicht so eine große Rolle gespielt hätte, wenn Tyrese den Film vor fünf Jahren geschrieben hätte. Mit Sicherheit. Ich dachte mir auch die ganze Zeit, dass es dann auch so ein bisschen den Produktionsbedingungen, äh, geschuldet, ich weiß nicht, war, wurde der Anfang 2022 oder so, wurde der gedreht? 2022 gedreht. Also, er wurde auf jeden Fall, er war schon gedreht, als Ex ins Kino kam. Das war ja das Komplett-Absurde. Ne, er hat ja, er hat ja den Uwe Boll gemacht, glaub ich, und einfach direkt am Anschluss eines Filmdrehs am gleichen Set noch einen zweiten Film gedreht. Ja, gut, ist ja auch das gleiche Set, also von daher. Ja, ja, so, ich fand das Farmhaus, ehrlich gesagt, kam mir ein bisschen zu modern vor, aber, also, ich kenn mich jetzt in der, äh, Architektur der US-Ramilkanischen Farmhäuser, der, äh, 1910er nicht, aus. Mir kam es, wie gesagt, etwas moderner vor, aber anscheinend ist das doch ganz authentisch. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass das Haus ja schon länger stehen müsste eigentlich. Ja, ja, okay, gut, das rechnet man nochmal rein, ja. Das müsste man, äh, nochmal mit berücksichtigen. Also, dass, äh, dass da, äh, die pandemischen Bedingungen doch nochmal mit reinspielen, die ja in der Geschichtserfassung, äh, Ende, äh, dieser Zeit, Ende Ersten Weltkriegs, ähm, und dann, äh, die Folgezeit so ein bisschen untergegangen ist und dann ja erst wieder forschungsrelevant wurde, als, äh, die Covid-19-Pandemie losging. Da hat man sich dann wieder darauf bezogen und dann hat man festgestellt, in der historischen Analyse, auch da haben wir uns ja gar nicht so sehr mit befasst, obwohl es ja da genügend Hinweise gibt, um daraus, äh, einen Diskurs zu machen. Ja, äh, das hat aber auch kaum Auswirkungen auf dem Film, außer, dass man halt manchmal masken-tragende Menschen sieht und dass halt die Mutter zu Pearl sagt, hier halte ich von anderen Menschen fern. Und dadurch vielleicht noch ihre emotionale Isolation noch weiter vorantreibt, aber letztendlich hat das keine weitere Relevanz in diesem Film. Aber als, ich sag mal, historischen Kontext und einfach Fluff, der das Ganze noch ein bisschen authentischer macht, ist das schon okay. Ja, ja, fand ich einen guten, fand ich einen guten Einsatz. Und, äh, das Zweite ist, ja, wir haben uns ja schon angerissen, also Mia Goff. Also, ich hab ja die ganze Zeit gedacht, die wollen mich ja alle verarschen, äh, die Pearl gesehen haben, schon, äh, end, äh, endletzten Jahres über VPN und so. Die dann auch im deutschsprachigen Raum geschrieben haben, dass die eigentlich eine Oscar-Nominierung dafür bekommen müsste. Also, ich kann's zumindest verstehen, also, es ist schon beeindruckend, was sie hier spielt. Auch wenn, wenn ich ihr noch ein bisschen, ihrem Charakter noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht hätte, mit dem, mit der sie noch ein bisschen mehr Facetten zeigen kann. Aber sie gewinnt der Rolle alles ab und ich kann mir nicht vorstellen, wer das hätte besser spielen können aktuell. Also, letztere, letztere Frage kann ich dir jetzt auch ad hoc nicht beantworten, wer das spielen könnte. Also, sie macht's natürlich gut, ob jetzt Oscar oder nicht. Meine Güte, da kann man halt immer drüber streiten. Wer hat denn jetzt dieses Jahr nochmal bekommen? Äh, Michelle Jo. Äh, James, Michelle Jo. Hm, ja. Ja, gut, aber eine Oscar-Nominierung, vielleicht ist sie für Andrea Riceboro rausgefallen, oder so. Ja, hätten die mal auf Twitter alle für sie eine Kampagne gestartet, wäre vielleicht besser. Ja, nö, also, ich meine, man hat's auch schon in X, merkt man's ja auch schon in Online, dass sie ja eine gute Schauspielerin ist. Auch in Infinity Pool. Auch in, naja, Infinity Pool. Aber wie bei all diesen Filmen, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Schauspiel und dem Writing der Figur. Und ich finde nach wie vor, äh, ist das keine interessante Figur. Es wird auch keine besonders interessante Figur aus ihr gemacht. Es ist höchstens interessant, was Ty West mit dieser Figur im Laufe des Films macht. Wie sie sich entwickelt. Aber trotzdem ist sie weder am Anfang noch am Ende für mich wirklich interessant, sondern, ja, irgendwie ein Klischee-Abbild. Und ich glaube, wenn wir das jetzt noch weiter ausführen, dann sollten wir in den Spoiler-Teil einleiten. Ja, sollten wir auch. Ja, dann würde ich den jetzt hier einfach mal aufmachen. Spoiler ab dieser Stelle für Pearl. Ja. Ja? Also, ziemlich schnell im Film merkt man eigentlich, also selbst wenn man nichts wusste vorher, das geht hier nicht gut aus. Für, für gewisse Personen. Äh, auch, äh, auch schön, dass, äh, weil ich einen schönen Rückbezug auch auf Ex fand, war, dass wieder ein Alligator auftaucht. Also, meiner Meinung nach, nach meinem zoologischen Wissen nach, kann es nicht derselbe sein, wie der ein Ex? Vielleicht war es auch einfach, äh, der Vater oder die Mutter? Das ist eine gute Frage. Muss man mal checken, wie alt Alligatoren werden. Ich meine, der Schildkröten, Artverwand, beides Reptilien, werden ja auch sehr alt. Auf jeden Fall, äh, es gibt schon ziemlich früh eine Szene, wo sie beinah ihren Vater da in diesen Teich da schubst, damit der von, von, von dem Alligator gefressen wird. Und dann kommt die Mutter dazu und ich dachte, ja, gut, okay, jetzt, äh, die Mutter hat es schon geahnt. Was ja dann auch auf die eine Szene eins halt, die wir schon erwähnt haben, wo die Mutter sie dann damit konfrontiert auch, aber das halt ein bisschen rauslässt. Dass, äh, dass, äh, dass sie ihre Mutter verbrennt, so gesehen, accidentally, fand ich auch wieder so ein... Ja, das muss man aber sagen, accidentally, also wirklich nicht absichtlich so. Also dann, das ist eher ein Gerangel, wo sie dann so am Kaminfeuer fängt und erstaunlich schnell dann weiter anfangen zu kommen. Äh, fand ich natürlich, äh, fand ich natürlich auch wieder klar, also spätestens da war klar, äh, nochmal für den letzten Depp, der, der, selbst, äh, dass hier auch ganz viel auf der Zauberer von Oz Bezug genommen wird. Wo man dann auch wieder sagen kann, wenn man die Geschichten über Julie Garland an dem Set hört, äh, könnte Pearl auch froh sein, dass sie nicht irgendwie, äh, zum Filmstar wird. Wie sie dann damit umgeht, dass sie ihre Mutter angekugelt hat, das war natürlich schon wieder, äh, das war dann schon, äh, der, für mich entscheidendere Moment hingeh, dahingehend, dass sie jetzt, ähm, dass jetzt der Sprung zur Psychopathin gemacht wird und das war ja noch vor der Audition. Deswegen haben wir so ein bisschen geruckelt, als du gesagt hast, die Audition war ja für dich der Knackpunkt, wo sie endgültig zur Psychopathin wird. Naja, das ist halt der, der Punkt, wo, wo ihr großer Traum platzt, ne, oder das ist so der, der, der letztendliche Kick-Off. Also sie hat vorher ja schon, hegt sie ja diesen, diesen Wunsch, diese Vorstellung, ihre Eltern würden sterben und das ist auch wirklich ein schöner Moment nochmal in dem Film gewesen tatsächlich, wo sie mit dem, beim Filmvorführer dort, äh, in seiner kleinen Kabine, äh, hockt, übrigens auch eine, eine Figur, über die wir jetzt noch gar nicht groß gesprochen haben, aber jedenfalls steckt sie mit dem da in der Vorführkabine. Fand sie auch langweilig, die Figur. Naja, aber er ist in dem Moment, für, in diesem Moment, den ich jetzt, äh, über den ich jetzt spreche, ist er für mich interessant geworden, nämlich als, äh, er zeigt dir dann ja auch so ein, so ein, so ein Pornofilm, so einen frühen Pornofilm aus Europa und sagt hier, ich will nach Europa und dann, äh, wird sehr aufdringlich und da ist schon sehr viel Sexual Predator in ihm, so ein sexuelles Raubtier. Da, 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 da hab ich, da hab ich mich erinnert gefühlt an, an den bescheuerten Arthos, Arthos Porno Regisseur aus X. Ja gut, okay, nee, ganz so elitär ist der nicht. Aber, ähm, dann sitzen sie jedenfalls auf der Couch und sie erzählt halt, na, ach, meine Situation zu Hause ist halt so scheiße. Und dann, äh, wenn meine Eltern doch nur sterben würden, sagt sie so vor sich hin und er so, äh, Entschuldigung? Also ich hab mal auf Englisch gesehen, also sagt er Pardon und dann so, ach, äh, nichts. Und das ist so ein kleiner Moment, in dem dieser, in dem diese Szene kippt, weil auf einmal er von diesem, von diesem Raubtier zu so einer, äh, zu so einer sehr kleinlaute Position rutscht. Und auf einmal, okay, was ist jetzt das für eine seltsame Frau, die mir hier neben sich, äh, die hier neben mir sitzt, ähm, in diese Situation gerät. Und was dann später auch noch weiter ausgeführt wird. Ich fand's auch erstaunlich, dass er die dann zurückfährt. Ja, das ist dann, äh, und dann, äh, versucht er sich noch so ein bisschen von ihr zu lösen, nachdem sie ja dann wirklich, ähm, sich sehr seltsam verhält. Also, er fühlt sich so zunehmend von ihr abgestoßen, das ist das eine Ding. Dann kommt halt ihre Mutter, ähm, noch und konfrontiert sie und dann kommt es da zur Eskalation. Ähm, dann, also sie ist schon in diesem Modus. Wenn ich meine Eltern los wäre, dann könnte ich meinen großen Traum wahrmachen. Dann hat sie diesen ersten Schritt getan, indem sie auch noch ihren Vater tötet und ihre Mutter zum Sterben zurücklässt. Fährt zum Vortanzen und das ist dann der Moment, in dem ihr großer Traum platzt. Und während ihre Schwägerin diesen Traum erfüllt bekommt und das ist dann der, der Kickoff zur weiteren Verarbeitung in diesem Monolog, der sie dann an diesen Punkt zunehmend bringt. Ja, aber, äh, das fand ich gar nicht so klar. Also, ich hatte immer, also ich hatte bei der Szene das Gefühl, dass, dass sie ihre Schwägerin quasi dazu zwingt, zu sagen, dass sie es, dass sie die Rolle hat. Ob sie die hat oder nicht, ist für mich, war für mich nicht zu 100 Prozent klar. Ich könnte es mir vorstellen, weil, weil, weil es passt zu der Beschreibung, die sie gegeben haben. Andererseits passt es auch dazu, dass Pearl einfach nur hören will, dass sie es hat. Mhm. Und wie sie dann darauf reagiert, das war dann für mich klar. Also, in dem Moment, wo, wo sie sagt, ja, da wusste ich, ja, äh, dein Todesurteil ist jetzt hier auch gesprochen. Du bist hier die nächste. Ja. Und, äh, interessant fand ich, sie bringt sie ja dann, äh, und da kommt ein Punkt mit, dass das der Kickoff ist, sie bringt sie ja mit Abstand am Bestialisten um. Weil die Mutter, das war ein Accident, den Vater da, das hat ja schon was, fast was Befreiendes, weil der vegetiert ja mehr, als dass er gelebt hat, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und den Filmvorführer, den sie ja auch noch abmuckst, den muckt sie ja so ein bisschen, da wird schon, geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, aber auch das ist doch ein bisschen sehr, ähm, unkonventionell und unbeholfen. Ja, das ist vor allem auch sehr emotional, also das ist ja dann auch wirklich in einem Moment, also wirklich, wo sie emotional völlig am Ausrasten ist, weil er sie eben zurückweist und weil er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Und da, da ist sie ja in so, in so einer Rage, in so einem Blutrausch fast. Ihre Schwägerin Mitzi, die, die bringt sie ja, bringt sie ja sehr kaltblütig um. Die läuft ihr ja ganz entspannt hinterher, während die mal wieder auf Stöcke schuhen, versucht wegzurennen und, ähm, dann kommt einfach ein paar Mal die Axt geflogen. Und, äh, und dann sehen wir ja noch die Szene, als sie schon umgebracht ist, wie sie sie dann zerstückelt und dem Alligator zum Fraß vorwirft. Da ist dann wieder, da ist dann wieder die Spielerei, äh, die Ty West nicht lassen kann, indem er irgendwie das Bild in der Mitte, äh, symmetrisch spiegelt und so. Ja, muss das jetzt nicht sein. Das war so ein bisschen übertrieben. Aber da fand ich halt schön, du hast halt, du hast halt ganz klar gesehen, dass es nicht irgendwie CGI gemacht ist, sondern dass da einfach eine Prothese genommen worden ist, was heutzutage so ein bisschen altbacken wirkt. Aber halt in das, wie der Film inszeniert ist, wunderbar reinpasst. Das ist halt eindeutig, äh, eine Prothese ist, die sie da dann abhackt. Ja, und da fällt ihr dann auch, kurz bevor sie sie tötet, der, der entscheidende Satz, dass es da für sie jetzt, sie nimmt sich jetzt den Ratschlag, Ratschlag der Mutter, äh, zu Herzen und sagt, ja, ich mach jetzt das Beste aus dem, was ich habe. Die Welt will mich nicht und die da vom Casting wollen mich nicht. Ähm, deswegen lasse ich jetzt meiner Natur, in Anführungsstrichen, feinen Lauf oder ich mach meinen Umständen, ich mach aus meinen Umständen einfach das Beste und, ähm, bringe anscheinend Menschen um. Also, aber das ist ja dann Rache an ihrem Umfeld, den sie da letztendlich vollführt, bis dann ihr Mann nach Hause kommt. Genau, vorher hält sie ja noch den Monolog, diesen sechsminütigen, den hält sie nämlich zu ihrer, äh, zu ihrer schwereren Mitzi, wo sie sich ja komplett offenbart, wo sie davon erzählt, dass, dass diese Lust, in ihr ansteigt, dass, dass sie nicht mehr weiß, was sie machen soll, dass sie, dass sie, dass sie das Gefühl hat, sie hat ihr, sie hat Howard eine ganz andere Person präsentiert, als die, die sie in Wirklichkeit ist und die, die sie jetzt so ein bisschen hat frei werden lassen und, äh, auch hier wieder dann, ist auch wieder die Frage, die der Film dann aufmacht, ist das jetzt genetisch oder whatever gegeben, dass sie so wird, wie sie ist oder, oder ist sie doch Opfer ihrer Umstände und, glaube, der Ehemann kommt ja genau danach nach Hause, ein paar Tage später, weil, wir sehen ja, sie hat ja ihre Mutter und ihren Vater da tot an den Essenstisch gesetzt, mit dem, mit diesem, äh, badigen Schwein, was ich, also, also, ich bin ja wirklich hart im Nehmen, aber das hat, das hat mir Unwohlsein besorgt, da dieses, ähm. Ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt einfach widerlich, das kann man nicht anders sagen und das sieht halt auch verdammt echt aus, also, da haben sie wahrscheinlich wirklich einen Sparenferkel irgendwie mal eine Woche zum Verrotten in der Sonne gelassen. Ja, ihr Mann kommt dann genau, kommt rein, sieht das und sie, sie lächelt ihn an und da habe ich gedacht, ich glaube, wenn der eine Woche früher nach Hause gekommen wäre, wäre das alles nichts passiert. Womöglich, ich meine, ich habe mich eher gefragt, ja und jetzt, also, entweder rennt er jetzt schreiend aus dem Haus oder er nimmt das Gewehr auf seiner Schulter und zielt auf sie oder, aber wie kommen jetzt, also, für mich ist das an dem Punkt so unvereinbar, sein, sein völlig entsetzter Blick und ihr, ja, doch sehr verstörendes Grinsen, was dann ja auch in diesem sehr, in dieser sehr langen letzten Einstellung, während da noch die Credits laufen, dann sich immer weiter in so einen krampfhaftes und weinendes Lachen umwandelt, aber wie kommen die beiden jetzt zu dem Punkt, dass die jetzt noch 60 Jahre zusammen sind und eine Ehe führen, also, das ist für mich, aber das liegt dann auch an der fehlenden Charakterisierung von Howard, aber so wie er mir in den wenigen Sekunden Screentime vermittelt wird, ist das jetzt kein Typ, der jetzt auf einmal sagt, okay, du, nach dem, was ich jetzt hier gesehen und erlebt habe, bleibe ich jetzt den Rest meines Lebens noch bei dir. Also, äh, also, ihre Erleichterung habe ich zumindest so gedeutet, dass sie diesen Monolog, den sie ja geprobt hat, gar nicht mehr halten muss, weil, weil, äh, das ist ja auch wieder schön, also, der Mitsi Telltelltell und der Howard sieht es einfach, aber seine Reaktion sehen wir ja nicht. Wir wissen ja nur, also, zumindest die Leute, die Ex gesehen haben, wissen ja, dass er dann wirklich 60 Jahre bei ihr geblieben ist. Und, äh, meine Erklärung ist, dass er sie wirklich so sehr liebt, dass er bereit, äh, ist, äh, sein Leben dementsprechend so weit anzupassen, um, äh, um ihr Leben weitgehend, heutzutage würde man sagen, triggerfrei davon, äh, zu gestalten, dass sie nicht daran erinnert wird, was sowas in ihr auslöst. Und in X passiert ja was, was sowas in ihr auslöst. Ja, in X, also, wenn ich mich jetzt so an die Beziehung der beiden in X erinnere, dann ist das, glaube ich, auch, stimmt das, glaube ich, auch damit überein. Das stützt seine Theorie auf jeden Fall sehr gut, aber, äh. Ob das jetzt wirklich glaubwürdig ist, also, ich fand's auch, äh, seltsam. Aber insofern ist da, also, insofern ist da aber für mich der Anschluss zu X so ein bisschen schwierig und, äh, also, warum ist es dann wirklich der gleiche wie aus X? Ja, es fehlt, es fehlt noch, es fehlt noch so ein Abschluss. Aber dann, dann hätte ich den Film wirklich so lang gefunden. Aber der, aber der ist halt, aber der ist auch tatsächlich für mich nur nötig, weil es eben X gibt, wenn dieser Film für sich allein gestanden hätte. Einerseits wüsste ich nicht, ob ich den dann so, äh, interessant gefunden hätte oder vielleicht besser oder so, weil ich halt noch so ein bisschen Nachwehren von X habe. Mmh, und das ist so ein bisschen, also, ich glaube, X tut ihm, tut ihm nicht unbedingt gut, zumindest aus meiner Warte, dass er damit so verknüpft ist. Und ohne X hätte ich das offene Ende, was ist, es ist ja letztendlich ein offenes Ende, wir wissen nicht, wie Howard eigentlich darauf unmittelbar reagiert, besser gefunden, weil wir ja wissen, wir wissen ja zumindest, wie er irgendwie, wie er dann darauf reagiert haben muss. Und, äh, nicht genau, wie genau, aber wir wissen, was das Ergebnis war. Und das hätte ich ohne die Kenntnis von X besser gefunden. Ja. Weil dann, dann hätte sich mir die Frage nicht gestellt, dann hätte, hätte man sich einen Reibhaus machen können, es wären drei Optionen gewesen, er schafft es von ihr loszukommen, er arrangiert sich mit ihr oder sie bringt ihn auch um. Und das dritte fällt ja, und, 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 äh, wir wissen ja, es kann ja nur eine der drei Optionen sein. Also der Reiz des Endes fällt weg, wenn du X gesehen hast. Ja, sehr gute Begründung. Insofern finde ich den Film als Alleinstehenden an sich, fand ich ihn unterhaltsam, fand ihn, ähm, wie gesagt, interessant, was mit der Figur gemacht wird, ohne die Figur selbst sonderlich interessant oder tiefgründig zu finden. Da fehlt, glaube ich, auch Ty West irgendwie, äh, die Fähigkeit als Drehbuchautor eine solche Figur interessant zu schreiben. Und das Ganze, oder das Ganze zumindest als Ausgleich dessen so interessant zu inszenieren, dass, dass man voll dabei ist, dass man voll in der, in der, äh, in die Geschichte reintaucht und sich mitreißen lässt, das, da, da ist dann wieder das langsame Tempo. Äh, was es halt dann rausreißt, sind halt die Gewaltspitzen und der, naja, ich sag mal schwarze Humor, der diesen Film dann doch schon, äh, an einigen Stellen, äh, aus ihm heraus schwitzt. Definitiv. Äh, schon teilweise sehr, äh, äh, sehr morbide. Aber das, äh, fand ich, fand ich ganz gut. Insofern für mich irgendwie Mittelmaß, vielleicht noch in Richtung gehobenes Mittelmaß, aber nicht, äh, vertretbar, dass dieser Film in der demokratischen Abstimmung bei mir in der Kinozeitredaktion zum Kinotipp der Woche gekürt wurde, wenn gleichzeitig Spider-Man Across the Spider-Verse zur Wahl steht. Ja, so, damit, äh, damit, äh, hier zumindest so ein bisschen Rant reinkommt, weil Marius hört sich grad die Folge an, äh, und denkt sich, warum haben die jetzt nicht losgerantet? Äh, hier zumindest ein Fitzelchen und, äh, ja, wenn ihr demnächst nochmal hören wollt, wie wir losranten, ja, dann, äh, äh, schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden sicherlich einen Film finden, wo Christian und ich gemeinsam losranten können. Äh, ja, schön, dass du schon die Abmoderation hier übernimmst, finde ich sehr sympathisch mit der Arbeit ab. Ähm, Ecke, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Teilnahme. Ja, gerne, immer wieder gerne. Und für deine Expertise. Wir hören uns dann spätestens bei Maxine. Genau, bei Maxine hören wir uns dann nochmal. Da bin ich mal gespannt. Also, vielleicht wird der ja dann richtig gut. Ja, wenn's so weitergeht, dann sollte der, äh, auf jeden Fall in Richtung vier bis fünf Sterne gehen. Äh, auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt gerne was in die Kommentare, äh, macht Filmvorschläge, äh, wo wir dann, wo wir ranten sollen oder was wir uns anschauen sollen, was am besten, äh, von sehr vielen Leuten gemocht wird. Ecke und ich, äh, steigen da gerne ins Gegenteil ein. Wir können, wir können noch mal einen Talk zu Afters dann machen. Dann muss ich mir den ja nochmal angucken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Nein, vielleicht, 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 vielleicht sehen wir ja, vielleicht sehen wir ja im Herbst nochmal so einen Hype Train, äh, Wack und können dann darüber sprechen. Genau. Wie gesagt, ihr da draußen gehabt euch wohl, genießt den Sommer, geht trotzdem ins Kino und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.